Herzlich Willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp heute mit Björn Feuerlein vom MSV Hamburg. Moin Björn, alles klar? Hi, natürlich. Sehr gut, dann legen wir doch direkt los. Wir tippen heute den dritten Spieltag der Bezirksliga Ost und starten mit der Partie Billstedt Horn gegen UH Adler. Was tippst du? 1-1. Sehr schön. TSV Glinde gegen SC Wendthorff. Wer gewinnt da? Glinde mit 2-0. TUS Hamburg gegen Rahlstedt. Wer wird als Sieger vom Platz gehen? Rahlstedt ist sehr stark gestartet, deswegen gehe ich da von einem 1-3 aus. Eilbeg gegen Börnsen. Wer wird die Punkte mitnehmen? 2-0 Eilbeg. ETSV Hamburg gegen ASV Hamburg. Wer wird da gewinnen? Ich gehe vom ASV aus mit 2-1. FSV Gestacht gegen Schwarzenbeg 2. Wer wird die Punkte da mitnehmen? Beide noch nicht gesehen diese Saison. Schwierig, aber ich gehe vom Unentschieden aus 1-1. Kroatien gegen SCVM. Wer wird da die Punkte für sich beanspruchen können? Ich würde behaupten, dass da vier Marschlande ein wenig weiter vorne sein wird. Ein 2-1 für vier Marschlande. Und zu guter Letzt die Partie Vorran Uhr 2 gegen MSV Hamburg. Wer gewinnt? Ja, was soll ich sagen? Wir müssen. Also von daher wird das ein 2-0 für uns. Alles klar, dann viel Erfolg. Dankeschön.